Köln ist mein Fakeln weggemacht also das was nicht gern Kultusik Jo Joho So, steh zusammen, bis die Flagge zeigt sich. So, jetzt können wir uns da einfach einen Block hin batschen und da so hoch springen, sonst hier eine Faggle anbringen und uns fragen warum das alles, weil hier ist echt gar nichts. So, die drei Körper werden auch mal mitnehmen, da ist noch Eisen, bin ich der Meinung, Moment. Also, ist das Silber? Kann auch Silber sein, bin mir grad nicht so sicher. Nee, Silber. Toll, nur Silber, ich wollte wertvolles Eisen. Ist überall das Wasser? Nee, ist einfach nur dunkel, ich sag das doch. Okay, dann wieder nach unten. Das Cobweb holen. Flump. So, haben wir das doch auch erkundet. Gut. Ja. Eine verzwickte Hülle, was haben wir denn jetzt? Also, zwei... Huhuheraghuherautre.. Alhłff Hüllehe... neunneunini しig copeform K Alcohol Kcakke Was ist das jetzt, ist da nochmal ein Manisstein... dann Schuljua ich bin ziemlich sehr müde tut mir leid da eine Faggle hin wir müssen uns ja weiter nach unten bauen da unten ist ein Lost Miner der kann den Hook verlieren hier kommt Captain Hook nein nicht so ein Hook ja eigentlich schon so ein Hook also kein Captain Hook sondern ein Haken nur ein Haken hier der echten großen Raum erwischt tut mir echt leid für ihn not not er hat eigentlich verdient ich meine wer sich verläuft in so einem kleinen Scheißraum stirbt der ist es nicht wert ein echter Miner zu sein uah nein ich nehme keine Drogen ich trinke nicht mehr Alkohol uah sollte ich vielleicht mal tun hööööö ölööö ja die wird er eigentlich alle schon gehört jetzt nehmen wir uns die Lanze und in einer echt aufregenden Schlacht machen wir den Tod. Es war mega knapp, muss ich sagen. Ah, Bomben. Das war nicht ganz das, was ich wollte, aber okay. Ich wollte zwar eher einen Hook, aber okay. Wie viel Stein ist hier denn? Im besseren Spitzhack würde ich schneller gehen. Beziehungsweise es gibt auch so ein Ding, das heißt, irgendwie ist es mit dem Mirror, damit kann man sich teleportieren. Das ist auch ganz geil. Was haben wir ja nicht. Haben wir noch? Da unten leuchtet vieles. Boden Platforms. Nein, haben wir nicht. Mach ich mal ein paar. Falls wir hier nämlich wieder irgendwann hinkommen sollten. Das, weil ich hier auch runterspringen kann, ohne zu sterben. Was ist das da für ein Block unter uns? Ist das alles Eisen? Auf jeden Fall kein Stein. Das ist Eisengeil. Fliegen Fledermäuse rum? Alter, was geht denn da unten ab? Da sind die glowing mushrooms. Das sind die glowing mushrooms. Hüpppah chubpah 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 chubpah. Mushroom, mushroom. Kann man echt nennen. Dazu Tränke verarbeiten. Und die leuchten. Das ist schon ziemlich weit unten, muss ich sagen. Langsam könnte man aber etwas tolles finden. Das ist wie ein Lebenskristall, damit wir mal ein Leben haben. Das ist so eine Anregung an das Spiel hier gerade. Das weiß schon was ich meine. Oben sind Edelsteine. So krieg ich hier nicht raus, schade. So und den letzten ist das Topaz, ja. So, damit wir hier auch wieder nach oben kommen. In die Höhle wollen wir ja schon bestimmt mal. Ein Kupfer, goll. Das habe ich seit Jahren gesucht. Dieses eine Kupfer. Ja, damit ist das Let's Play Terraria beendet. Ich habe es wieder gefunden. Nein, natürlich nicht. Hey, da ist eine Blinkroot. Da ist auch eine Blinkroot. Ich bin nach unten. Wenn wir da gleich voll verrecken werden. Weil ich deswegen ja was ausprobieren will. Auch wenn wir das in das Eventar tun, die Sachen behalten. Plump, 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 plump. Ich habe Angst vor dem Runterfallen. Ich glaube nicht, dass das netter schaden wird. Weil, wenn wir uns weiter so nach unten malen, dass es noch lange so geht, dann ist der Fall nicht allzu tief, wie ich sehe. Okay, der Fall ist echt nicht tief. Ich meine, klar. Es sind nur tausende von Spinnen, habe ich beinahe gesagt. Von Fledermatzen. Aber was soll's. Schwamm drüber. Ey, wo ist mein Speer? Au. Regenerier Leben, alter. Regenerier Leben, als wenn's dein letztes wär. Okay, man verliert auch so seine Coins. Aber jetzt kann man erstmal... Was torn off by Cave Band. Ich geb dir eigentlich was torn off. Ist das Gold jetzt auch aus... Alter, das war fast all mein Gesamtes. Das war mein Gesamtes. Okay, nein, das funktioniert nicht. Super. 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 Scheiße. 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 Oh, passiert sowas immer noch mehr. So, hier haben wir Copper Bars. Ja, macht noch mehr, ist okay. So, hier haben wir Iron Bars. So, gleich mal gucken, was wir noch in den Truhen haben. Silver Bars. Hier haben wir Gold Bars. Das Gold werde ich mir, wie gesagt, als erst eine Spitzhacke machen. Kann ich die schon bauen? Yo. So. Can mine meteorite. Jetzt haben wir noch Silver. Machen wir das mal raus. Jetzt habe ich Silver Short Short. Iron Harmed. Wie kostet der denn? 25 vielleicht? Nicht viel. Okay, dann warte ich erstmal. Äh, Vendor. So. Chop. Scents. Will er alles nicht kaufen. Super. Surecans kann weg. Hat er selber. Seh ich grad. Mack kann weg. Bombenbrauer halte ich. Äh, so. Copper Axe habe ich jetzt eine. Silver Axe. Copper Pickaxe habe ich eine. Gold Pickaxe. Speer habe ich hier noch. Bumerang, Topaz und Cobra halte ich. Ja, Asper halte ich alles. Kann ich mir gleich erstmal ein Bettchen bauen. Crafting. So. Erst kann man auch aus Silber alles bauen. Hm. Sind ja die Sachen, die schon keine Silver Harmed. Chainmail, Greaves, Watch. Nichts was ich brauche. Und aus Gold. Circa dasselbe. Wahrscheinlich. Jipp. Jipp bei die und jipp bei du. Joa, brauchen wir auch alles erstmal nicht. Copper. Ja, ne. Ja. Äh, das kann ich euch gleich mal zeigen. Was ist das denn? Jungle Head. Ah. Das braucht mir unbedingt. Deswegen brauchen wir Meteoriten Bars. Das geht auch mit einem Amethyst. Hat man halt ein lilanes. Äh, Purple. Ja doch, ist lila. Oder mit einem Topaz. Hat man ein gelbes. Kann man auch eine Sand-Gam machen. Mit Illegal-Gun. Powered Spent in most Places. Joa. So. Das Cobweb kann man sich sonst. Ja, das brauchen wir aber noch einen. Ist auch Material. Ah, für Sticky. Tossing may be difficult. Okay. Was wollte ich machen? Cirque. So, jetzt kann man auf jeden Fall schon mal ein Bett bauen. Was mir auf jeden Fall gerade am wichtigsten ist. Ist das weiter oben? Warum ist denn das weiter oben? Wir haben nicht genügend Holz. Das wäre natürlich die Erklärung gerade. So. Hier haben wir drei Iron Bars. Was ist Iron? Das ist Iron Stecken. Hier haben wir Sand. Das ist Sand Stecken. Waterleaf Lenses. Ist mir egal. Jetzt haben wir hier drinnen Iron Ori. Kann man jetzt noch eine Iron Bar machen? Boah, ich hab Schluck auf. Ist das kacke. So.